Hallo und Herzlich Willkommen hier zu einem Let's Play wieder mit Endma. Servus, heute auch mal mit einem, ja heute mal wieder Zeit mitgebracht und auch ein anderes Mikrofon, wie ihr vielleicht merkt. Hab's endlich mal geschafft, mein Headset mitzunehmen. Ach endlich, ich hab das hier jetzt, also in den letzten Folgen hab ich das hier, also dieses Haus, also wie wir hier grad bauen, hab ich erstmal als Großprojekt eingestuft. Ich hab da hinten auch schon mal ein bisschen freigelegt, wo wir einfach mal so ein inner simple Haus machen, wo wir erstmal unterkommen können. Wo wir dann vielleicht auch schlafen können. Ja, dann werd ich mich jetzt wieder an unsere schönen Solarzellen machen, sagen. Jo, äh. Da, wo ich den letzten Part aufgehört hab, wo ich dabei war. Ja, den Generator müsstest du mal machen, ne. Aber was hab ich denn zuletzt gemacht? Ja, egal, ich werd mich auf jeden Fall erstmal der Zauberei widmen, also ich hab mir da ein paar Tutorials angeguckt. Ah, das gefällt mir. Und ja. Gibt der Baum uns kein Gummi. Äh. Egal. Ich hab schon ein paar geerntet, glaub ich. Ah, okay, in welche Kiste hast du die gepackt? Also ich hab hier noch im Inventar, hab ich noch zwei Rubber. 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 Ja, ich brauch dies. Ja, schmeiß mal in irgendeinen Ofen. Okay, so geht das. Warte, ich muss hier eben. Ja, ich brauch Holzfarm, glaub ich. Ich hab's irgendwo reingetan. Irgendwo ist gut. War Redstone hat... Ja, ich hab diesmal auch geschafft, endlich ein anderes Ketchup-Pack zu binden. Exit. Warte, ich brauch mal nichts. War die Erdkiste? Ich finde kein Holz. Ja, ich auch nicht. Ich hab noch... Wo war die Erdkiste? Ja, drei, sechs Erden loswerden. Willst du haben? Äh, mach Mehl draus, die du gepackt hast. Warte, warte. Ich hab noch Knochen. So, ich hab jetzt auch Born-Mehl. Äh, ich würd sagen, das bauen wir mal... Minium-Stein. Achso, komm mal hier kurz hin. Ja. Wenn du hier solche Steine bekommst, wart auf Mehl. Die sterben. Und tun die da drum einfach. Weil die brauchen... Das brauchen wir ganz drüben, um jemanden herzustellen. Dann weiß ich ja Bescheid. Ähm... Richtig. So, ich war bei... Also ich soll den ersten Generator machen, oder was? Ja. Warst du in den Parts, äh, eventuell... ...Eisen-Mine? Nicht wirklich. Komm, jetzt... ...zeig mir meinen Generator an. Irgendwie will meine Suche grad nicht. Doch, da unten... Ja, und der Generator steht dann oben noch holten. Was soll das sein? Sie ist doch im Fernseher. Meine Lüte. Generator... Wo... Oh mein Gott. Der kann keine Schild... Vor der, äh... Tür steht live, ja? Okay. Ja, live steht da, weil ich wollte ja eigentlich erst Live-Speed machen, aber... Ja. Äh... Fade. Weg sofort. Bin dabei, chill. So, ist weg. Juh, schon wieder was zum draus cutten. Oh, hab ich wusst. Type-Mode. So, jetzt suchen wir... Oder nee, ich lass das einfach mal drin. So, ich brauch nämlich... ...auf faken werden. Ja. Ich brauch nämlich ein paar Eisen. Ich brauch irgendwas mit 8 Eisen. Hier, warte, ich hab 5. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Da krieg ich schon mal ein Iron Furnace. Brauchst du Tin oder so Tin-Ingot? Wir raten nicht. Warte, kriegst du trotzdem hier. Ja, gib einfach her. Ich hatte ja mein Inventar grad ein bisschen... Daher passt das doch. Oh, ich... Boah, ich glaub, das reicht gerade so für ein Table. Ja, oh, wo hast du mir Eisen gegeben? Wo hast du mir Eisen gegeben? Nein, du hattest mir kein Eisen gegeben. Du hast mir Tin und Tin-Ingot gegeben. Ja, und davor hab ich da auch Eisen hingeworfen. Bluffin-Night-Eisen, aber nur. Nein, das war Eisen-Ingot. Ich hab vorher noch drauf geguckt. Das war Tin-Ingot. Ich hab kein Eisen von dir bekommen. Dann Pech, ich hab's dir aber hingeworfen. Guck auf, guck im Video, guck im Video. Ich hab dir Video über. Ich hab hier nur ein Tin-Ingot. Ich hab Fraps, warte, Fraps. Wir sind hier ja die übelsten Flamer. Fraps, Fraps. Ja. Was, Traps? Was ist Traps? Egal, ich würd... Ja, mal ein übelst ja Flamer. Ist so. Was hat sich mit den... Hier unten ist nämlich auch übelst hier Eisen. Also wir sollten unbedingt die Subteile da anwerfen. Das wär schon extrem wichtig. Was sollten mir... Wir brauchen was für Eisen eigentlich? Äh, für den Iron Furnace und aus... Scheiße, ich brauch das. Ich brauch aber drei Stück davon. Ich brauch Holz. Ja, ich brauch... Ja, ich brauch fünf Eisenbahnen und einen normalen, äh, Steinofen halt. Dann brauch ich nochmal drei Eisen, ähm, für den Generator. Und dann brauch ich noch eine RG-Battery. Warte, ich glaub irgendwie dieses eine Teil heißt, es gibt irgendwie einen Bergarbeiter-Rucksack oder so. Ähm, Alchemie oder sowas. Ja, der ist übelst geil. Alchemie. Ja, weißer Alchemie-Beutel. Es gibt aber kein Rezept zu. Ist das so einer? Es gibt auch ein Backpack. Also ein Rucksack. Ja, ja. So was brauchen wir. Back. Back, covers, back. Wie macht man den Leder wahrscheinlich, ne? Back, äh, pack. Can, canvas, back. Wie steht man canvas hier aus Drinks? Okay, das heißt, wir müssen auf Safari-Tour gehen. Äh, nein, ich würde einen Taumat-Tourgist, äh, Backpack oder sowas machen. Da brauchst du zu. Du brauchst vier Strings, du brauchst, äh, zwei Amber, eine Kiste und zwei Wolle. Mehr brauchst du dafür zu. Ja, aber da passt ja weniger rein. Also da passt ne Kiste voll rein. Ja, das ist aber wenig. Ja, ja, in den Alchemie-Dingern, da passt, äh, mehr rein. Ich weiß. Hä, wo, hä? Ich rede gerade von canvas, back. Canvas? Ja, ich denke, das ist einfach ein Rucksack. Da brauchst du das Ding, das wickelst du um den, äh, Stick. Ja, ja, okay. Na, ich hätte jetzt das Ding, du machst diesen canvasback, machen wir so, und wir gucken, wie viel reinpasst. Wenn das uns nicht reicht, machen wir uns einen anderen Backpack, wo wir nicht haben. Oder ich würde am, äh, eh am besten den Alchemie-Ding empfehlen. Da gibt's Kiege ein Rezept zu. Ja, wahrscheinlich geht das auch gar nicht. Oder ne Schwere oder so. Ne, das geht, da ist nämlich, glaube ich, so viel Platz wie ne Doppeltruhe oder so, was. Ich weiß nicht mehr genau. Das ist ja immer viel Platz. Ich wollte jetzt ne Re-Batterie. Ich brauche zwei Redstone, einen Copper und... Hier, warte, einen Redstone, bekommst du von mir? Nein, ich hab 45 Redstone. Oh, Flamer. Jetzt hast du mehr. Ja, und ich hab eine Re-Batterie. Ich hab vielleicht, dass du mir meinen gehst. Ja, warte, äh, hast du noch irgendwo einen, äh, freien Project Table? Ja, in der Mitte, glaube ich. Jo, ich nutze den mal hier für, äh... Oh, mach ruhig. Was hast du einen normalen Tisch erstellt? Ich brauch den für meine Zauberei, aber ich hab halt nicht genug kurz, ne, wie ich schon gesagt hab. Kannst du mir wenigstens einen Stick oder so geben? Was, Holz? Ich brauch einen Stick. Und ich hab kein Holz. Ich hast kein Holz, du arme Sau. Ja, deswegen wollte ich ja Holz hacken gehen. So, ja, hier vorne liegen vier... Ja, hier liegen wir, äh, hier vor der Crafting Table liegen vier... Ah, danke. So, wir brauchen nur noch Eisen, aber ich leere, bevor wir meingehen, ich brauch Werkzeug, letztens. Wir machen uns nicht ganz viel Steinwerkzeug. Ich geh jetzt Holz holen und wir machen uns nur Steinwerkzeug. Leo, Steine haben wir genug. Und die teuren Sachen nutzen wir auch nur bei teuren Sachen, die wir dann bekommen. Weil sonst ergibt das gar keinen Sinn. Ja, schon so. Und wir müssen so viel Gold holen, damit wir richtig viele Diamanten umliegen. Aber ich wollte hier jetzt schon sagen, am besten hilfst du mir dann gleich auch noch. So. Vielleicht schon mal. Äh, räum hier mal kurz die Kiste. Guck mal, ob ich noch irgendwo... Werd... Äh, ob ich noch ir... Auch... Mal gucken wir hier... Welche... In welche Kiste hast du eigentlich hier das, ähm... Warte, was wollte ich gerade einstellen, ey? Weiß ich nicht. Warte, ähm... Ich wollte gerade irgendwas einstellen, aber ich rösten mal. Stellen gebraucht. Für irgendwas habe ich so viel. Solarpanel. Er... Oder Att25 her indulges...